Das ist Chaos. Das müssen wir den Weg feiern lassen. Jeder hat das Problem. Das verlaupt nur Chaos. Was haben wir hier? 27 Jahre alte Frau. Goldansprich und ein Stich ins Blau. Goldansprich? Die Frau hat mit ihrem Mann ein kleines James Bond-Spielchen gemacht. Atmung bei 40. Liesam und Flach. Sie erstickt. Bringen Sie sie und untersuchen Frau 1. Mr. Bond? Sie bleiben hier. Los, zwei, drei. Eine Atemmaske aufs Gesicht und drehen Sie einen Tropf in den Oberschenkel. Sie haben die Dinge. Sie sind ein Tropf in den Oberschenkel.